Unser persönliches Bewusstsein ist die lokale Antenne für das, was wir bisher schon empfangen haben. Alle unsere Trachten ist darauf ausgerichtet, uns mit diesem himmlischen Superserver noch besser zu verbinden. Durch die Übungen des Quantenschigong finden Sie den Zugang zu diesem Superserver des Universums. Sie kommen auf die passende Schwingungsstufe und fühlen sich selbst auch beschwingt. Wenn Sie Quantenschigong üben, kommen Sie in die geeigneten Informationsresonanzen, die es Ihnen dann ermöglichen, Ihre Ziele noch besser zu erreichen. Durch Quantenschigong entschlüsseln Sie den Quantencode, weil sich die Feinabstimmung Ihrer Gehirnfrequenzen ändert. Quantenschigong verändert die anatomische Struktur der Neurotransmitter und der Gehirnwellen. Das, was Sie denken, hängt davon ab, in welcher Verfassung die Tätigkeit Ihrer Gehirnwellen ist und in welchem Zustand die elektromagnetischen Felder sind. Also, good vibrations. Tauchen Sie ein. Der Weg steht Ihnen offen. Erleben Sie die Transformation Ihres Bewusstseins und lernen Sie Quantenschigong, um in eine bessere Verbindung mit dem Universum zu kommen. Erleben Sie die Transformation Ihres Bewusstseins und die Transformation Ihres Bewusstseins und die Transformation Ihres Bewusstseins. Erleben Sie die Transformation Ihres Bewusstseins und die Transformation Ihres Bewusstseins und die Transformation Ihres Bewusstseins.